Musik Hallöchen meine lieben Pikachus, was geht ab? Euer Beatz heißt euch mal wieder herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal Mein lieber Freund Phil ist mit dabei, hallöchen Hallöchen, moin Beatz Und wir müssen uns heute vergleichen, wir haben quasi so ein kleines Gegeneinander Und ja, also ich würde sagen, falls ihr Bock habt, lasst gerne einen Daumen nach oben da Ich bin gespannt, ich hoffe ihr seid auch gespannt, wer von uns beiden heute besser abschneiden wird Ja, also lasst gerne einen Daumen nach oben da und abonniert kostenlos meinen Kanal Ich würde sagen, wir legen los, genießt das Video, schreibt mir in die Kommentare Für wen ihr bei der WM seid, würde mich auch mal interessieren Und ja, jetzt geht's los, viel Spaß So mein lieber Freund, bist du bereit? Ja, ich bin ready So, Set Spawnpoint Adventure Mode, hier gibt es so viele Knöpfe Oh mein Gott, ich weiß gar nicht, was hier überhaupt alles gewollt ist Ich lese mir das mal kurz durch Also wir werden hier getestet auf verschiedene Art und Weisen Also Skill beim Parcours Und bei anderen Sachen Also das ist nur eins Ich glaube, hier sind auch ein paar Strategie-Teile mit am Start Und Puzzles und so weiter Also was ganz, ganz spezielles Plus das Geile ist, wir spielen heute nicht wirklich miteinander, sondern ein Gegeneinander Ich würde sagen, wir drücken aber einfach auf den Button Phil, ja, wir sind heute Gegner Oh breit Viel Glück wünsche ich dir Und wie gesagt, ich weiß gar nicht, was auf uns zukommt Oh mein Gott, bis ich das gelesen hatte Bis ich das gelesen hatte, wusste ich gar nicht Bescheid, was wir machen müssen Okay, aber jetzt wissen wir es Okay, kommt immer das Gleiche? Ich habe geklickt, aber ich habe es gefällt Wir sind im Game Mode 2, da hat es in Adventure Mode gesetzt Ach ja, stimmt Hä? Oder, ne, vielleicht ist es ein extra, äh, ja Wassereimer, aber ich schaue jetzt gleich mal Ich dachte auch gerade ganz kurz, aber Ich habe nicht die Textur bekommen Moment, eigentlich muss es doch klappen, so hoch ist es doch nicht Ja, auch Bruchstein, aber das ist Clean Stone, was da unten drunter ist Das ist safe gefällt, wie es sich sagt Ne, oder, oder es gibt ein Bruchstein unter uns Und wir haben es nicht gesehen Ach, ja, das kann auch sein Moment, ist es ein Bruchstein? Ja, 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 da ist ein Bruchstein Ah, ich habe eine Idee, ich habe eine Idee Ich glaube, da, wo man steht, spombt man auch Weißt du, wie ich meine? Ah, ja Ich glaube, das ist die Ecke, oder nicht? Ähm Ne, ich war in der falschen Ecke Oh, nein Es ist hier, es ist hier, es ist hier Oh, mein Gott, okay, schwieriger als gedacht Wir haben jetzt beide schon fünf Fails Phil hat einen Free-Kill, bevor das Video losging Ah, nein Oh, das war ganz knapp Ja, ne, aber ich glaube, man spombt immer in der Mitte, oder? Ja, ja, ich glaube auch Ich stehe jetzt mal hier hin zum Beispiel Aber ich weiß jetzt, wo Ja, ich habe es Ja, ich habe es geschafft Nein, Mann Nice, Phil, aber jetzt ist da Wasser Jetzt musst du quasi, jetzt fliegst du einfach nur runter Also du wirst es jetzt selbst schaffen Ja, ja, klar Jetzt, ja Oh, nein Ich bin nochmal mit runtergefallen Okay, also 1-0 für mich Wir zählen so, ja 1-0 für mich Okay, jetzt steht hier ein nächster Test Alles klar Make the Parcours Oh, mein Gott Okay, willst du als erstes? Dann können wir abwechselnd machen Gleich sind vier Spangen Ja So, wir machen abwechselnd Wir machen abwechselnd Ich lass dich erstmal vor Okay Dann drück aber den Button am Ende noch nicht Dann versuch es auch Du machst gerade quasi dein First Try also Dann muss ich mir einen Punkt holen mal wieder Ja, holen Ne, wenn ich es jetzt First Try schaffe, dann kriegen wir beide einen Punkt Ja, ja Oh mein Gott, als ob Ich warte, ich warte erst mal Wenn du abbrennst Äh, abbrennst quasi zum Tod Dann zählt das nicht Ja, klar So, komm Und No, ich hatte einen Leck Ich hatte einen Leck Ich hatte einen Leck Nein Mann Bitz, 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 bitz Halbes Herz Oh mein Gott Als ob Siehst du mich? Ja, ich bin jetzt aber wieder am Anfang Als ob ich dann immer alles hintereinander machen muss Das kann gut sein Warte, ich probiere es mal aus Dann wirst du aber auch tippet Ich will es nur ausprobieren Oh nein Kurzer Test, ob es klappt Und Also wir spawnen ja hier im Wasser Deswegen ist es ja eigentlich kein Problem Stimmt, ja stimmt Aber du hast das First Try geschafft Wir merken uns das Ne, ich war noch nicht ganz durch Ach, du warst noch nicht ganz durch? Nein, nein, ich habe ein halbes Herz jetzt Ich habe immer noch ein halbes Ich mache es jetzt noch, okay? Jo So Ich habe es nicht geschafft Und No, 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 no Oh, okay, okay Puh, ich muss jetzt auch gerade abbrennen Nein Du hast es nicht geschafft Ich mache gerade auch mein Second Try Ich bin gespannt Oh mein Gott Das war so fail Okay, das sind verschiedene Tests Was ich ein bisschen doof finde Dass man halt quasi immer am Anfang spawnt, weißt du? Ja, jetzt muss ich warten Das ist ein bisschen doof gemacht Halbes Herz Oh mein Gott, ich habe es auch mit einem halben Herz geschafft, Phil Nice Ich habe einen Fehler gemacht Ja, ich habe es geschafft Ich bin am Ende des Parcours Ich habe so einen dummen, simplen Fehler gemacht Oh, geil Ich bin einfach so runtergesprungen statt gesprungen, weißt du? Oh, okay, okay Das heißt, wir haben beide zwei Versuche gebraucht Und es steht unentschieden Echt? Ja, genau Ach so Ach so, stimmt So, und Button Get the Redstone on the Command Block Das ist jetzt eine Zusammenarbeit eigentlich Eigentlich schon, ne? Wir könnten im Prinzip beides mal einzeln machen, aber das sieht auch nicht so schwer aus, ehrlich gesagt Moment Ach so, Red Ach so Ich schiebe den nach da So, dann den nach da Warte den zurück, ja Dann holt der den Da gibt es hier mehrere Ach so, lol Ja, das war's Next test Only press if all players are finished Ja, klar Wir wurden ja beide tp'd Ja Okay, alles klar Kick, click the correct button Oh mein Gott, als ob Oh, Beats Was? Ich bin für den Warte, wir schreiben es beide gleichzeitig in den Kommentaren Ob rechts oder links, okay? Ja Okay, also Bist du bereit? Ich bin ready Drei, zwei, eins Okay, beide rechts Nice Okay, dann drücken wir Ja, dann drücken wir Aha Hä? Ach so, Moment Was ist da passiert? Da geht was auf Das ist ein Dropper Das war, glaube ich Ja Ah, und bei dem Okay, das war richtig Oh nein Also war der rechte wirklich richtig Ja, wir hatten beide recht Also jetzt wissen wir ja, wie das funktioniert hier So, also wenn man aufmacht Ich sehe, dass da ein Slime ist Und ich sehe, dass auf der Seite Aber wo muss man da nachhinspringen? Da ist ja ein Button oder sowas Oder Irgendwas ist da Okay, warte mal Ja Ich würde sagen Äh, mach du Du mal den Button und ich versuche runter zu fliegen Okay Oh Was? Ich bin da falsch an gestorben Ich weiß nicht warum Hahaha Du bist, glaube ich, auf die Kante geflogen Meinst du? Okay, dann versuch du mal Ja Ich drück den Button Bist du bereit? Ich bin ready Let's go Und? Oh, oh Ich hab ihn Als ob Wir wurden beide Aber ich musste Wir mussten den Dropper Finischen mit einem MLG Als ob Und man spawnt immer am Anfang Das gibt's doch nicht Ach man Wir setzen jetzt unseren Spawnpoint beide hin Damit wir nicht immer das Ganze komplett durchmachen müssen Also ich würde sagen Ich versuch's nochmal, ja? Ja Äh, was musste man denn machen? Einfach auf den Knopf drücken Und dann hast du instant den MLG Ah, okay, okay Also drück mal So, mein Lieber, let's go Und? Bin gespannt Nein, ich hab den Button nicht erwischt Nein Schade, ich bin dran vorbeigeflucht Schade Okay, dann bist du jetzt nochmal dran Du hast es beim ersten Mal sogar geschafft Gar nicht so schlecht Okay, ich hab ihn gedrückt Oh nein Ich bin an die Kante Oh, schade Okay, dann bin ich jetzt nochmal So, let's go Drück den Button Und? Das schaffst du, das schaffst du, safe Jawohl, und? Nein Aber auf welchem? Das müssen wir noch rausfinden, auf welchem Ich muss, lass mal den Eimer erstmal lesen Ja, ja, würde ich auch sagen Okay Komm, versuch's So, das schaff ich Das schaff ich Nicht Ich war fast Ach Phil Ich mach das schon für uns Keine Angst Okay Drück den Button Ich mach das hier wieder So, let's go So, und? First Jay, sagst du? Da, das war Oh, oh Und Bruchstein Wieder Bruchstein Ich hab gelesen Ah, aber wo ist der? Okay, komm Phil Jetzt kannst du dich nochmal beweisen Ja, ja Das mach's Ja, das mach ich Beats Oh, da ich seh Der ist links in der Ecke Ja, 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 ja Oh Mann, das ist richtig schwer Aber es klappt Aber es klappt So, und go Jetzt müssen wir halt sofort hin Wir wissen jetzt wo Ich drück den Button Ja, ja Oh, scheiße Ah, nein Mann So, jetzt bist du wieder dran Ja Komm, ich will jetzt sofort auf die linke Seite Wenn du ihn drückst Pack es, Phil Ich auch, ich auch Oh nein, ich bin falsch Nein, nicht Ich war auf dem Block Aber ich hab's nicht geschafft Es zu drücken Komm, dann drück ich jetzt den Button nochmal Ja Man muss links nach oben Äh, nach unten Ich bin links nach oben gefallen Und Ich hab's Ich hab's gesetzt Aber es war instant wieder weggebracht Ja Okay, nochmal Komm, let's go Jetzt schaffen wir es Langsam haben wir es raus Jetzt haben wir es Ja Und Ja Ich hab's Mann, das war wieder dein Wasser Jawohl Ich hab's Ich hab's Ich hab's Nice Oh, Moment mal Jetzt, glaube ich mal Bist du noch Ey, nein Halt's auf Ich hab's schon geschafft Ich hab's doch schon Oh, nein Das Wasser ist da jetzt drin einfach Ja Okay, jetzt gibt es echt easy schaffen Komm, let's go Ich hoffe es Wir müssen da jetzt einfach nur rein Wir müssen ja nicht mal Ja, ja, ja Oh, nein Okay, so Jetzt sind wir beide hier Ich hab's ja auch geschafft Du hast es danach auch geschafft Ähm Click this When all players are done To get to the next Level Okay Ähm Können wir machen Achso, ja Ich drück einfach mal Oh, time to die Goodbye, time to die Just kidding Oh mein Gott Das war nice Okay, also du solltest sehen Dein Gesicht Dein Blick im Gesicht Ja, ich hab auch einen Goldapfel Ich ess den mal Ja Dann haben wir hier Next Level Button Okay Ich heil erstmal Fool Bist du bereit? Ich bin ready Let's go Wo sind wir? Äh Thank you for playing my map Das war's Das war's schon Als ob Okay, wir haben unsere Tests Quasi bewiesen Haben's geschafft Von außen Ähm Ja, ist das jetzt nicht so Oh mein Gott Man kommt einfach zurück Nicht so das Besondere Aber ich fand Den Sinn dahinter Eigentlich ganz cool War ein bisschen doof gemacht Dass dann immer alle Tippet worden sind Dass Spawn Points Nicht gesetzt worden sind Aber sowas Quasi so ein Test Zwischen zwei Spielern Oder mehreren Ist eigentlich ganz cool Das war nice Fand ich nice Mir hat's gefallen Ich hoffe euch ebenso Leute Falls ihr mehr von solchen Maps Sehen wollt Lasst alle gerne einen Daumen nach oben da Schaut beim lieben Let's Feel vorbei Da haben wir auch noch ein Video aufgenommen Und ansonsten würde ich einfach mal sagen Liebe Freunde Daumen nach oben Wie gesagt Checkt meinen Zweitkanal ab Da kam ein Fortnite Video gestern Und ansonsten Schreibt in die Kommentare Wie gesagt Für wen ihr bei der WM seid Falls ihr dies noch nicht getan habt Kostenlos abonnieren Wir sehen uns morgen Bei dem nächsten Video wieder Bis dahin Ciao Ciao Hab einen wunderschönen Tag Euer Beats ihr habt Was ist I Was ist Vielen Dank.